Welche textile Grundausstattung braucht ihr? Also ihr startet in der Regel mit der Größe 50 und braucht dann so zicka vier Bodies. Später braucht ihr auch noch mehr. Und dann Söckchen natürlich. Auch da empfehlen wir erstmal vier. Und dann braucht ihr natürlich das tägliche Outfit. Am besten erstmal drei Stück. Das kann Kleidchen mit Strumpfhose sein, das kann Pulloverchen mit Hose sein oder natürlich ganz klassisch der Strambler. Ihr braucht zudem, weil die Kleinen sich gerne mal kratzen, Kratzfäustlinge. Dann braucht ihr je nach Jahreszeit eine Mütze, aber ihr müsst immer eine Mütze aufsetzen. Also das ist das Krankenhausmützchen, ganz dünn. Im Winter dann ein wärmeres Mützchen, versteht sich von selbst. Und im Winter natürlich das ganze Thema Overall kann man sehr schön auf Wollwalk benutzen. Oder wenn es nicht ganz so kalt ist, Baumwolle. Folgt uns für mehr.